Machen wir Leute, Ray Stance, der namenlose und Spiekend45 heißen euch recht herzlich willkommen. Wir sind in der Bibliothek. Eigentlich eine recht harmlose Geschichte, also eine Bibliothek, aber bei den Gastarrieren ist leider nichts harmlos und ungefährlich und deswegen gehen wir mal weiter jetzt hier. Boah, fuck, ich hab mich da wieder geballert, das ist scheiße. So, das ist mit dem Moment, wo ist er, wo ist er, wo ist er? So, leave it. Anscheinend erzeugt die graue Dame ihre eigene Verstärkung. Okay. Haltet die Augen offen, Leute. Sie erhöht den Einsatz. Noch weiter offen? Danke für die Warnung, Ray, aber ich habe keine Idee, wovon du redest. Ich denke, unser Wort sollte da ausreichen. Da ist sie. Ich will jetzt mal sehen, ob wir einen guten Scan kriegen. Das habe ich nicht gehört, Ray. Bitte wiederholen. Genug jetzt mit Pssst. Lass die Dame doch. Zumindest kommen wir näher. Ich habe nicht dein einziges Wort davon verstanden, Ray. Ray. In der Bibliothek muss man noch ein bisschen leise sein, Ray. Mensch, deswegen macht jemand Pssst. Das ist eine Bibliothekare. Was erwartest du? Wo müssen wir ihn jetzt hin? Okay, hier ist er abgehauen. Müssen wir denn wieder zurück? Aber da war die Tür eben auch schon auf. Nein, die war nicht die. Glaub mal. Ich glaube, ich kriege was. Gut geschossen, Cowboy. Aber. Oh, weißt du. Nein, nein. Lady, 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 Lady. Du es nicht, du es nicht. Mitten ins Nest, Kumpel. Ja, 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 das habe ich schon gemerkt. Das habe ich gemerkt, dass... Oh. Ach, du Scheiße. Das war nicht nett. Nein, nein, aber was sollte ich denn machen? Es ist einfach das Gefechtste. Passiert das schon mal? Jetzt, wenn wir jetzt... Ich meine, ihr wisst, ich liebe Bücher. Ich habe viele Jahre mit alten, mittelalterlichen Handschriften zusammengearbeitet. Aber das... Die waren nicht so angriffslustig wie diese hier. Das ist... Da rechts! Wo ist Ray? Ray? Ray, bist du getroffen? Ich will ihn doch schießen. Ja, 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 ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ganz schön gruselig, was? Ja, ja, unbedingt. Das ist so viel. Gut gemacht, Kadett. Danke, danke. Na los, Kumpel. Wir müssen hier raus. Ja, ja. Ähm. Das habe ich eben schon probiert, aber mir hat es nicht funktioniert. Aber ich hatte ja auch nicht Ray. Okay. Dann gehen wir Ray mal hinterher. Oh. Äh, Winston? Wo zum Kuckuck bist du? Im Zeitschriftenarchiv. Ich seh mir die Tabelle vom Spiel der Nix gestern Abend an. Warum? Erzähl uns mir über den Sammler, Winston. Dieser Sammler soll die graue Dame benutzt haben, um seltene Bücher von ihr zu bekommen. Vor allem ein Buch. Mit Namen Gozer Codex. Toll. Ja. Ah, und als sie herausfand, was er vorhatte, verließ sie ihn. Kluge Frau. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Offenbar ermordete er sie deshalb. Oh oh. Die graue Dame war sein erstes Opfer, aber er hat mehr getötet. Und lass mich raten. Er sammelte ihre Körper genau wie er Bücher sammelte? Bingo, Ray. Du schuldest mir ein Essen. Und noch etwas zum Sammler. Sekunden bevor er gehängt wurde, sagte er, er käme als Azedlor zurück. Eine Art Gott. Um die Bibliothek und jedes seltene Buch dort zu bewachen. Hört sich nach einem Bücherbaum an. Hört sich nach unseren üblichen Kunden an. Laden, hey. Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Okay, folge dem Geist der Bibliothekarin. Okay, Atlas the Encyclopedia in Oversized. Ray. Ray. Okay, da gibt's neue Bücher und da gibt's Rare Books. Das ist... Your brain needs to feed. Read. Guter Rhyme. Read. Be a star. Read. Aha. Shh. Da können wir irgendwie entagieren. Ach, da ist wieder ein Wasserspender. Das mach ich auch nochmal kurz. Ich hab zwar schon... Grad vom Geist der Hand kam mir da rein. Das ist... Hm. Okay. BKW wieder. Was ist das? Juvenil? Curriculum. Nee, Juvenil weiß ich nicht genau. Curriculum, Curriculum, wie das der Lebenslauf... Wahrscheinlich hier im Biograf... ...fien. Okay, ich behaupte nicht, das wäre ein schlechtes Zeichen. Aber es ist definitiv kein gutes. Yes! Das tut nur einen Moment lang weh. Okay, komm, 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 komm. Komm, 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 da ist noch rein. Ich renne mal. Hab es ja anfängt zu rennen, dauert immer so. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Ähm, gut, dann... Also, ne. Your brain needs feed. Read. Yeah. Okay, das hat sich aber gerade geöffnet. Gehen wir mal hier rein. Interagieren. Okay, da können wir wahrscheinlich irgendwas machen. Können wir was machen? Hier können wir nichts machen. Hier können wir nichts machen. Aber hier können wir es machen. Hast du das gehört? Ja. Hab ich gehört. Das Ding ist hier irgendwo. Habe ich mir die für die Scan-Verbesserung gekauft, wenn das eh nicht funktioniert. Oh, oh. Da drin ist jemand. Was? Da ist jemand? Okay, wir gehen mal rein, Freunde. Wir gehen mal rein. Ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein. Oh. Okay, ich komm nicht rein. Ray, ich komm nicht rein. Aber hier komm ich rein. Das sind... Das sind... Kinder. Was sagen sie? Okay, hier ist aber alles ätzend. Hier darf ich nicht drüber... Das ist... Da komm ich auch nicht hin. Gut, das haben wir schon gescannt. Peter, äh, Ray, weg. Da ist schon wieder so ein Bücherstapel. Okay, das macht voll Bock, die umzuschießen. Wupp. Oh Gott, es haben die Kinder noch an zu prammeln. Das ist... Reading ist fun. Oh, die Muppet Show. Cool. Aus dem Schuss. Ich glaube, die wollen uns etwas sagen. Puppets. Puppet Täter. Okay, aber was... Was wollen sie uns sagen? Reading ist fun. Ja, das wissen wir ja mittlerweile. Read. Reading ist fun. Mhm. Reading ist fun. Read. Das ist richtig, Kumpel. Ja, hi. We're here. Komm mich nicht rein. Das geht immer tiefer. Keiner wundert sich, dass wir immer tiefer entgehen. Das ist... Authorized. Authorized. Person. Personal only. Ja. Schön hier. Moment, das muss erstmal... Oh, da war ein Artefakt. Da war ein Artefakt. Ah, da, 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 da. ich kann das nicht kennen so könnte es nicht kennen hier stehst du ein bisschen ich will da rein ich will das kennen wieso kann ich das nicht kennen das ist ein artefakt ich will sofort man hatte ich kann das war nicht weg jetzt komme ich wahrscheinlich rein ich will sofort mein artefakt ich will sofort man hat die fakt was ist das hat er was gegoogelt eine schöne uhr haben sie hier ne ach das ist schon nicht wie könnte ich es aushalten so müssen wir hin special collection ob man hier schwebt und ich soll es vor allem schweben da ist die lady da ist die lady okay wir sind ganz leise hier ist es spezial sammlungen diese räume sind voll seltener und wertvoller bände wir gehen hinterher was sind denn das für komische typen das ist definitiv irgendwo eine spur was machen wir jetzt noch so eine schöne uhr schöne uhren haben sie hier wir müssen ja ein bisschen nach geister jagen eines der bücher in diesem regal zeigt paranormale werte wirst du das auserwählte interagieren herrkunde die untergeschossene bibliothek herr jungs ich hab da irgendwie was das wollte ich aber wir sind jetzt ich wusste nicht mal dass dieser bereich existiert ja die hausmeister wohl auch nicht zumindest die letzten 80 jahre nicht was ist das der plätscher doch was das ratten ok also dieser diese oh pardon falscher knopf weg 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 die sind im überarbeiteten ätherik katalog ich glaube die graue dame erzeugt sie aus den büchern und kleineren geistern hier sie könnte mächtiger sein als wir dachten naja das ist die alte höhlenmannerei cool hier wieder hier wieder hier wieder ich sag grad nicht viel beleuchtet aber man ist das toll ich könnte einen monat damit verbringen diese bücher zu katalogisieren sei vorsichtig mit dem was du dir hier unten wünscht es könnte in erfüllung gehen wir sollten winston sagen er soll hier runter kommen wir könnten seine hilfe brauchen ich wollte ihn erreichen aber es gibt zu viele interferenzen was das was das was das sie der das an das vorwärts am ableuchten hier wohl ich bin nicht wirklich davon überzeugt dass das der beste plan ist hey ich werde das ist eine falle willkommen in der heimat ray hier muss man schon sagen du hast uns verarscht du bist ja vor allem ableuchten bis vor der bescheißer hier ist ja wohl glaubt oh oh wir haben Freunde na aber ganz schön viele Freunde verdammt der ist scheiße ruf 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 Mic born ruf 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 rufrauf ruf yorg 6 das wollte ich gar nicht okay ja aber nicht wirklich was was ich haben will also aktuell noch nicht ich spar auf diesen auf diesen diesen dings weil schon wieder verdammte den selben trigg abgezogen und dreimal auf ein fahrer ist nur ein schild umgott aus dem gast sind für dich ja und wirften und wirften und wirften und wirften und wirften mehrere kontakte hätte mich fast den kopf gekostet ja was soll ich denn sagen du hast mich getroffen ja das tut mir leid bewegung bewegung leute bewegung ich sage euch dieser gebäudeteil ist instabil die decke könnte jederzeit einstürzen ich will jetzt nicht mehr ich habe angst und ich sage jetzt vielen dank fürs zuschauen und wir müssen geister jagen und in diesem sinne ab in die rennen vorhin halt ich war katscha und ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder dabei wir müssen aufräumen freuen wir müssen auch wie es ist ich beschönige nichts das wisst ihr tschau tschau ja ich spiele kinder für 45 geister jäger tschau bau tschau 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 tschau